Wir sind die ITler der Stadtwerkegruppe hier in Jena. Wir betreiben und entwickeln die IT-Landschaft, sehen uns jedoch auch als Partner und Innovator für das gesamte Unternehmen. Ich arbeite in der IT, weil ich immer sage, wir sind so ein bisschen das freistrebende Radikal in den Stadtwerken. Wir machen viele Dinge anders. Wir arbeiten agil, wir arbeiten mit neuen Arbeitsmethoden. Wir haben hier die Möglichkeit, uns völlig frei zu entfalten. Also ich hatte auch schon früher als kleines Kind sehr viel Spaß daran gehabt, mit Computern zu arbeiten. Und bei uns im Bereich IT hat man die Möglichkeit, mit Computern und auch mit Menschen zu arbeiten. Mich motivieren meine Kollegen, dass es Kaffee gibt und dass ich am Ende des Tages Probleme gelöst habe. Also meine Kunden sind gleichzeitig auch meine Kollegen. Das ist das Besondere hier. Um bei uns zu arbeiten, sollte man unbedingt viel Spaß mit der IT mitbringen. Auch wenn es mal schwierige Situationen gibt, die es zwangsläufig immer mal geben wird, versuchen wir einfach immer das Beste daraus zu machen. Als Team, als Bereich für das Unternehmen, für die Region. Wenn IT deine Leidenschaft ist und du echt was bewegen willst, dann bewirb dich bei uns. Wir freuen uns auf dich.